Mein Name ist Michael Rüttger und ich werde Ihnen in diesem Videotraining zeigen, wie viele Gemeinsamkeiten zwischen der Gestaltung, dem Layout und dem Design eines Printdokumentes und der direkten Programmierung von HTML und CSS besteht. Wenn Sie schon einmal daran gedacht haben, eigene Designentwürfe direkt in einer Webseite umzusetzen, sich aber bislang noch nicht an das direkte Codeschreiben herangetraut haben, bietet das Training den richtigen Einstieg für Sie. Sie werden entdecken, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt und dass eine Vielzahl von CSS-Anweisungen nahezu identisch sind mit den bereits in Satzprogrammen wie beispielsweise InDesign verwendeten Einstellungen. Die Besonderheit dieses Trainings ist, dass ich mit Ihnen weder den kompletten Sprachstandard von HTML besprechen, als auch nicht die vollständige Befehlsliste von CSS durchkauen möchte, sondern vielmehr einen Einstieg in beide Sprachstandards aufzeigen werde, indem ich auf das Wissen der Druckvorstufe, der Mediengestaltung und der Bedienung von Layout- und Satzprogrammen zurückgreife. Das Training richtet sich an Designer, die lernen möchten, wie ohne ständiges Nachfragen in der Entwicklungsabteilung oder, noch schlimmer, ohne ständiges Bitten bei den Entwicklern, Webdesign direkt in einem HTML-CSS-Workflow erstellt werden kann. Es geht nicht darum, perfekte Websites zu bauen. Dafür gibt es die Entwickler. Aber es geht darum, als Designer einen Einstieg in diese Welt zu finden und die Ideen, die man im Kopf hat, auf einfache Art und Weise direkt in HTML und CSS umzusetzen, anstatt allein mit einem Grafikprogramm arbeiten zu müssen. Ich betreibe seit 1993 eine Full-Service-Werbe- und Internetagentur, bin freier Trainer bei mehreren Bildungsträgern, arbeite als Freelancer bei Adobe Systems und ab und an auch als Fachbuchautor. Da ich in meiner Agentur sowohl Design- als auch Entwicklungsarbeiten durchführe, verstehe ich, was für beide Aufgabenbereiche wichtig ist. Ich zeige Ihnen, wie Sie einen Einstieg in die Welt HTML und CSS fast spielerisch mit dem Wissen finden, welches Sie als Designer besitzen werden. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Spaß bei dem Thema HTML und CSS für Designer und diesem Videotraining.